ja hallo alle zusammen ich grüße alle dyson interessierte auf eine kundenanfrage möchte ich mit euch den akku tauschen bei diesem v11 gerät es gibt wohl leute die das gerne sehen möchten wie die akkus gewechselt werden und hier haben wir einen schraubakku von einem dyson v11 sv14 dieser ist hier mit drei schrauben fixiert und das gehen wir jetzt mal zusammen an ich packe erstmal gleich den originalen aus dann können wir auch sehen was im lieferumfang sich befindet hier befinden sich drei schrauben und auch ein schraubendreher mit zwei ansätzen und auch eine bedienungsanleitung diese tue ich mal zur seite dann hier die feuchtigkeitsschoner dyson hotline und der akku selbst so schaut er aus ist auch ein für zusammenschrauben übrigens möchte ich am rande erwähnen sollte jemand von euch schwierigkeiten mit einem dyson gerät haben könnt ihr euch gerne an mich wenden ich helfe euch gerne weiter ich nehme auch gerne bestellungen entgegen die kontakte habt ihr in der video beschreibung und zum öffnen müssen wir einfach hier die drei schrauben lösen zwei unten und eine seitlich diese können wir auch wieder verwenden wenn diese nicht rund gedreht sind und nie geöffnet worden waren in diesem fall ist es und dem kunden kann ich diese die im lieferumfang enthalten einfach zum ersatz mit geben so dann holen wir den akku einfach ab einfach raus holen das kriegt der kunde zurück und den neuen einsetzen dann verschrauben wir den ordentlich ich hoffe der ist vom werk etwas geladen damit wir eine funktionsüberprüfung machen können ansonsten muss ich das nochmal an die ladebuchse stecken so verschraubt haben wir den und genug strom genug saft energie um eine funktionsüberprüfung zu machen somit ist auch das erledigt der kunde gab an dass der akku schon ziemlich alt sei und nur acht bis zehn minuten halten würde ich gucke mal ob hier ein produktions hier erkennbar ist sehe ich nicht ich bin mit der arbeit durch ich hoffe dieses video war informativ für den einen oder anderen vielleicht als ein hilfe video hilfestellung ich bin mit der arbeit durch gerne könnt ihr euch bei fragen an mich meine daten habt ihr in der video beschreibung ich wünsche allen alles gute bis demnächst tschüss tschüss